Also, ich fand dann mal an. Hallo, ich heiße Amelie. Warum du? Hans. Du willst jetzt an mir üben, deine Plane anzusprechen, oder was? Ich hab mich verliebt. Darin arbeitet so eine, die kassiert da, die ist toll. Hallo. Geht's ihm gut? Entschuldigung, kann mir hier mal jemand helfen? Hallo! Wer bist du? Ich bin eine Fee. Heilige Scheiße! Was war das denn?! Ich hab mir gewünscht, dass die schöne Kassiererin vom Supermarkt sich in mich verliebt. Und wirst dich wundern. Und wirst dich wundern. Ich habe das... Ich werde das Thema. chasing am� zu bullern... Dann sch sou zu... Ich werde das Thema alles tun... Ich werde das Thema alles tun. Vielen Dank.